The Overwatch is coming, they're trying to mess up on it, The Overwatch is coming, heroes never stop! Und gerade jetzt über die Feiertage, wo ich natürlich auch bei der Familie bin, dachte ich mir, hey, ich kann euch, um trotzdem ein bisschen Overwatch-Content zu bieten, einfach mal ein Gameplay-Video einspielen und in dem Sinne, viel Spaß! So, das ist weg! Hauen wir sie weg! So, ich finde es gut, der Kerl, der gerade gefragt hat, ob nicht alle Tanks spielen können, ist auf jeden Fall nicht verbittert darüber, dass nicht alle Tanks spielen. Das finde ich immer positiv, wenn Leute sagen, okay, versuch uns. So, Weihnachten haben wir schon mal down. Bin dran am heilen. Schön, ich umgehe den Soldier noch. Und die Diva da. Uh, die haben auch eine Symmetra, gehen nicht in dieses kleine Ding. Ach, schön, wow, der Roadhog hat mir gerade echt den Arsch gerettet. Ah, da war noch ein Laser. Ja. Ja, ich bleib einfach in der Nähe des Roadhogs. Oh, das war der, okay. Oh, ich bin down. Okay, das war ein bisschen zu aggressiv von mir. Momentan, wo ich so viel auf meinem Smurfs spiele und so viel mit Stufe 10 Spielern unterwegs bin, da vergisst man, dass man nicht alles umholzen kann. Teleporter oder, nee, ein Dings ist besser, ne? Ja. Okay, Generator steht. Ich könnte notfalls wiederbeleben, wenn irgendwas sein sollte. Ja, perfekt. Oh. Das schießt auf mich. Sorry, Herr Rambe. Oh, Soldier hat Ult. Ja, Soldier hat Ult. Oh, ihr seid echt weit vorne. Ja, ja. Wir hatten gerade noch einen Soldier an der Seite. Pass auf, diese Metra auf, die ist echt gut geladen. Bin die Leute, die Leute? Ja. Oh. Jetzt zieh mich mal ein bisschen zurück. Mhm, ich hab dich, äh, mit damage-Büße. Ja. Ja, super. Mit den Affen. Oh, von hinten, von hinten, von hinten, Symmetra. Ich hab dich, ich hab dich, ich... Wie kriegst du's mit? Super. Perfekt. So, holen wir uns die noch eben's hier. Na, verdammt. Den ihre Farabend. Oh, wow. Ja, mich auch. Dammit. Not cool. Ja, schade. Die haben uns alle weggeholt, nacheinander. Okay, die haben Teleporter. Oh Gott, unser Team stirbt gerade leider direkt am... Ich bin hier wieder weg. Oh, na. Ja, das war ein... Weißt du, du bist bei dir? Na, die hat alles... Die hat den Platz relativ gut vermint, die Olle. Oh, schön. Ja, schön. Der Reinhardt hat die Diva rausgezogen. Ich hatte erstaunlicherweise nicht mal eine besonders gute Runde. Also rein von den Stats her. Überrascht mich jetzt echt ein bisschen, weil ich hab so das Gefühl gehabt, dass ich relativ viel angehittet habe, aber ich hab grad mal, ich glaub, 6... 2 oder 3 gespielt, ey. Naja, kann nur besser werden auf der Runde. Aber ich muss noch zugeben, ich hab... Hier eine andere Maus-Sensibilität... ...als auf einem anderen Account. Und ich spiel' grad mit zwei Maus-Sensibilität und das funktioniert grad nicht. So ganz. Bist ein Spiel. Ich schreib's dir jetzt... Ich versuch's jetzt mal mit... Do it. Wie gesagt, im Notfall, du bist immer eine gute Mercy. Du hast das gerade ernsthaft gesagt, ich hab' dich auf Band. Ja. Aber ich hab' dich auf Tape, das ist wie Watergate. Die sind schon im Spot. Pass auf, die sind alle drauf. Ja. Boah. Boah, ich weiß nicht, was hier alles abläuft, aber... ...das ist ein bisschen krass. Bin mal auf jeden Fall gewonnen. Ja. Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Ich zieh mich noch ein bisschen zurück. Wir minen jetzt auch direkt den Spot. Okay, ich hab'n, äh... Ich stell'n... Ich stell'n Generator. Ich hab'n vielleicht ein bisschen auf den Sieg gestellt, aber... Shit. Ja. Guck, dass hinten nix rumkommt groß. Oh, doch, Mai. Okay, ich bin da. Okay, ich hab's. Schön. Vergiss es, Lucio, ey. Okay. Alles gut. Alles gut. Okay, Generator lebt noch. Die ganzen Laser sind halt down. Ich geh'n mal neu legen. Ist das unsere? Ja. Ja. Tja, im Moment, wenn man sich erstmal fragt, hm, ist das unsere? Ich werd' mal kurz stehen und schau' mal. Mhm. Oh, ich bin geh... gehockt. Äh, also ge... gecharged. Schade. Wow, was für'n Clusterfuck hier grad' drin ist. Mhm. Das ist jetzt der Gegner, schon vorsichtig. Ne, ich bin... ich bin tot. Ich bin am Weg nach vorne. Okay. Aber, erstaunlicherweise steht mein, äh, Schick-Generator noch. Ja, ich, äh, halt den frei. Cool. Mh. In ihr... Oh, Abkühlung, Abkühlung. Shit, ich komm' nicht raus. Oh, shit. Scheiße, okay, jetzt hat er mich in der Sojo. Ja, jetzt haben sie mich auch. Das war Abkühlung, reingecharged und gut gemacht, also. Hm. Muss man ihn an der Stelle lassen. Äh, unser Diva versucht noch ein bisschen zu verteidigen, aber ich denke... Ja. Okay, gemeinsam zusammen rein. Dann räumen wir sie weg. Ja, direkt in Reinhardbecken. Super, 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 super. Okay, Mei ist weg. Okay, ich jagg grad die Diva weg. Ich mach den hier, Schick-Generator daun. Sehr schön. Okay, schön. Sehr, sehr schön. Das Problem ist, jetzt kommt, äh, Ruinen. Ja, egal, was wir tun, Ruinen gewinnen wir einfach nie. Ne. Aber hey, denk, denk mal mal das Beste. Äh, im Notfall switche ich hier, weil... Ich überlege, ob ich direkt switche. Soldier 76, bereit zum Einsatz. Ja, wobei, wir haben zu wenig Heiler für... Ähm... Für einen weiteren Tank. Ich... Ich bleib mal auf Sybettra. Okay. Und nur, weil ich switche hier rum. Ja, wenn du switchst, dann switche ich dann mit, dann kann ich dich heilen. Ja. Kann nämlich dann eine Maler zunehmen, das funktioniert. Ah, die tut hier eigentlich mal ganz... Ja, oder ich nehme Diva, wenn du eher... Äh, du... Guck erst mal, wie es bei dir läuft. Wenn es bei dir gut läuft, dann... Oh, wir haben direkt was hinten drin. An der Seite. Tot. Cool. Ich weiß gar nicht, wofür ich gerade Kills gut geschrien bekomme. Denn, äh, ich habe nichts angehettet. Doch, doch, das ist ein Reinhard. Echt? Hm. Okay, jetzt sollen wir nicht zu leichtfertig werden. Ah! What? Kann man sagen. Äh, ich lufte jetzt... Oh, ich merke jetzt das Metras hier auf der Seite. Guck mal direkt, ob ich die wegholen kann. Oh, wow, die hat mich... Wow! Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Ach, okay, von hinten kam McCree. Das macht Sinn. Äh, der Moment, wenn man sich zu weit nach vorne wagt. Hahaha, schön, dass du diese Metra weggehoben. Echt, ich bin nicht mehr vorne. Ich bin nicht mehr vorne, aber... Äh, ich glaube, das sind meine Laser, weil ich habe meine Laser gelegt am Spot. Ja. Äh, deswegen kriege ich auch Kills gut geschrieben gerade. Oh, okay. Affe und Roadhog. Ja, ich gehe auf den Roadhog. Oh, die sind alle oben. Ich gehe doch nicht auf die alle. Aber ich lege hier direkt neue Laser. Weil die werden gleich irgendwo von oben kommen. Okay, ich werde jetzt einen Teleporter legen. Einfach damit wir schnell wieder zurück sind. Boah, Reiner, nimm den Schild hoch, ey. Ja, das war dumm. Das war dumm, das war saudumm. Schön. Ja, wir räumen auf jeden Fall ganz gut weg gerade. Nein. Ah, mein Teleporter ist down. Genau, wo ich durchlaufen will. Ja. Hehehe, schön. Zu zweit hier den Roadhog weggeholt. So, Affen noch weg. Da kommt noch eine Ana. Ana weg. Und das war's. Sehr... Wow. Was für ein Durchmarsch. Krasses Ding. Der war echt gut. Der war echt gut. Ich sage es dir, wenn die als Gruppe noch einen spielen, dann spiele ich noch eins mit. Ja. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Alter, das war echt ein starkes Team. Vier haben zugesagt. Komm, ich gebe mal dem Lucy, damit er auch... Das sind unsere beiden, die alleine sind. Ich glaube, die beiden anderen wollen nicht. Naja. 27,7. Da kann ich noch gut mit leben. Äh, äh, 5 von 6. Ja, 5 von 6. Dann kann man leben. Ein weiterer Random. Wow. Das waren 60 Punkte oder sowas. Digga. Alter. Will man die nächste Runde gewinnen? Bist du Platin. Bin ich Platin. Alter. Moment, ich beenden mal an der Stelle die Aufnahme. Ja. Ja. Bis nicht. Ja. Oh. Ja. Das Boot.